ARD Text im Auftrag von Funk Bist du hinten dran? Halt! Vorsicht! Vorsicht! Wo kommt der denn her? Wow, 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 wow! Ich muss mal Medis reinpfeifen. Was? Achtung! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Die leben beide noch! Molly, wenn du hast! Ich hab geblockt! Ah, scheiße! Ich bin down! Ich bin down! Olli, sag mir bitte nicht, dass du down bist! Gut! Oh, Olli! Nein! Nein! Oh nein! Scheiße! 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 Olli, scheiße! Ah, Riesborn ja, ne? Ja! Aber wir haben den ganzen Stuff nicht! Echt? Ihhh! Wo ist unser, unser... Okay! Warte, 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 warte! Ah, wie kommen wir jetzt raus? Warte, erstmal Medi reinpfeifen! Oh, vom fackel! Hmm... ... News... woah! Ich will nicht, war glaube ich, be�� auf CPA. Von früh nach oben... Ja, Energy Drink. Ja, ich auch. Ja. Und ich hab grad keinen Speer. Nur so als Info. Ich hab grad keinen Speer. Der steckt nämlich in dem Fino drin. Und ich weiß nicht, wo... Ich weiß es auch nicht, Olli. Wie gesagt, ich hab keinen Speer. Ich könnte jetzt nur mit... Warte, 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 warte. Ich könnte jetzt nur mit Fein und Bogen hantieren. Fledermäuse. Oh, das ist doch gut. Haben wir unser Seilgewehr noch? Fragezeichen? Ja, haben wir. Komm. Dann gehen wir raus. Nichts wie raus hier. Ist das der Ausgang? Fragezeichen? Ja. Ist das der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ich will nur raus, alter Ei. Wie war das? Ich wollte bis 20 Uhr machen, ne? Mittlerweile müssen wir gleich halb neun. Ich will raus, sie ja. Ah. Okay. Warte, 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 warte. Nach vorne sieht's komisch aus. Also wir sollten versuchen, zu dieser Seilrutsche zu kommen. Okay? Nee, nee, nicht mit dem Equip, was wir gerade haben. Alter, meine Schlafanzeige ist schon violett. Was? Das ist gut. Nicht gut. Ich höre was. Ich höre was. Hm. 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 Hier, 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 glaube ich, oder? Ich glaube, hier geht's weiter. Warte, wir können hier speichern. Boah. 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 Warte mal, hier ist... Hier. Ich weiß nicht, hier hinten. Guck mal. Wo sind wir hier gekommen? Und da sind wir... Okay, da sind wir gekommen. Warte, ich leuchte... Warte, geh nicht zu schnell. Ich hab, äh, diese Leuchtfackeln in der Hand. Ich leuchte das Ganze mal aus. Warte. Warte, soll ich, soll ich? Warte. Super. Doch, geht. Mhm. Mhm. Ja, ich kann nur Pfeil und Bogen machen. Läuchte mir da, ich sehe nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Ich sehe nichts. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Das gibt es doch nicht. Der ist schon... Okay, ich glaube, jetzt ist er tot. Ja, ich weiß, ich bin gerade da... Ach, verdammt. Ich kick's nicht, weil... Äh, auf drei. Eins, zwei, drei, los. Warte. Warte. Warte, 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 warte. Anlegen. Da bin ich hier in die Ecke, ja. Okay. Einen haben wir da hinten noch. Ja, ja. Wo ist er? Langsam, Olli, langsam. Da, 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 da. Leuchte. Vorsicht. Ansprung. Ist er down? Tatsächlich. Ja, ist er. Guck, der war so schnell. Hast vielleicht Kauftreffer gelandet. Oder ich glaube, der war von vorhin nur so angeditscht. Okay. Looten auf drei. Eins, zwei, drei. Los. Und am besten gleich anlegen. Er weiß, was uns erwartet. Doch, ich will hier raus, Alter. Ich muss schlafen, Mann. BOW-Zeiten durchmachen. Ja, nee, ist klar. Du musst ja morgen nicht arbeiten, ne? Ich hab mal frei. Ja. Rechts geht irgendwie ein kleiner... Das war, wo das Baby lag, okay? Langsam, Olli, langsam. Ich will nur hier raus, ey. Ich denke dann, ich hab kein Speer mehr. Ne, hier ist die Seilrutsche. Gut. Okay. Dann nehmen wir doch mal die Seilrutsche, oder? Ich geh vor. Hör, 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 hör. Noch einer. Noch einer. Scheiße. Keine Pfeile mehr. Komm, wir rennen durch. Lauf. Der ist gleich tot. Ja, aber der andere. Ich hab keine Pfeile mehr. Komm zurück. Komm zu mir. Zu mir zurück. Bei dir ist nämlich noch einer. Ich seh nix. Das ist doch. Ich hab keine Pfeile. Da kommt er. Ich hab geblockt. Huch, hinter mir steht da einer. Ja, ich sag doch, es sind zwei. Dann raus, dann raus. Egal. Scheiß auf die Pfeile. Ich hab keine Rüstung, keine Leben mehr. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Sehr viel kämpfen können wir nicht mehr. Mein Gott. Ich will doch nur hier weg. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Komm, die hinterher. Ich seh nix. Okay, Ausgang. Hoffe ich. Ne? Doch. Jetzt? Oh, bloß raus hier. Bitte raus. Das waren die zwei Letzten. Die waren auch schon heftig. Oh, Alter. Alter. Ey, jetzt muss speichern. Ja, wir kommen raus. Alles überlebt. Und dann kann die Bale im Nacken zerklatscht. Ja. Ach du, Kelvin kommt auch mal. Komm, schnell zur Base irgendwie. Und dann speichern. Und dann sind wir mit dem Part auch durch. Ich gucke grad. Base. In die Richtung. Warte mal. Warte mal. Ich muss mir erst mal wieder Dings bauen, ey. Weil ich keine Ausdauer habe. Das Reh war schon tot. Warte, ich muss mir mal eine Pfeil bauen. Äh, Pfeil sag ich bauen. Steinfeiner, handgefertigter Speer, ein Seil. Hä? Wer sagt mir, ist voll? Aber ich hab doch kein Dings mehr. Das ist ja auch merkwürdig jetzt. Ne, egal. Komm, zurück zur Base. Saven. Und dann, äh. Ja. Haben wir es für heute geschafft. Wahnsinn. Ja, das war wirklich Action nochmal. Zum Schluss. Aber was ist denn, wie ist denn die Kombination aus handgefertigter Speer? Zweimal Stock. Drei Stückchen Messerkleber. Ja, tatsächlich. Okay, kann man noch einen machen? Bein Stück hat ich. Bambi. Bambi. Bist du vor mir? Ja, ne? Bin in die Richtung schon gerannt. Alter, das war wirklich, ey. Boah. Haar schäumend. Och, hier ist noch ein kleines Minilager. Nichts, nichts, nichts mehr machen. Nein, ist hier, äh, normal. Weißt du, wir hätten doch mit dem Elektroschocker kämpfen können. Nur so als Info. Ja, aber da bist du ja noch näher dran. Du musst ja permanent dran halten. Oh, Essen ist noch... Oh, das ist gut. Hier sind Flaschen für Mollys dann. Ist schon mal gut. Und einmal zwischenschweichern ruhig. Ja, gute Idee. Weichert? Ja. Warte, warte, warte. Ich hab hier noch... Dosenöffner hab ich. Seile. Dosenöffner wo? Lag doch im Zelt. Hier vorne hier sind auch irgendwelche Dingsbums. Wolfbälle. Wolfbälle. Und dann... Da liegt ne Leiche im Wasser. Wo liegt ne Leiche im Wasser? Da, rechts. Guck, so gut. Tatsächlich. Letzt hole ne Leiche. Wo geht's zur Base, Oni? Da lang. Olli, voll Speed, Olli. Ja, ich muss ja mal auf dem GPS-Ding gucken, sonst weiß ich nicht in welche Richtung. Sieht ja hier im Wald alles gleich aus. Das hat ein Wald so an sich. Mhm. Zu viele Bäume, die immer alle identisch sind. Ja, ist schlimm, ne? Aber Mutter Natur, was einen im Weg stellt, wie kann die sich das wagen? Also, schon... Wo ist der Wald? Hier sind viel zu viele Bäume. Ich seh den gar nicht. Ja, ich hab hier Freunde gefunden. Äh, lass es zu Hause. Mhm. Ausdauer. Oh, schnell Wasserflasch auf. Äh, nee. Das mach ich zu Hause. Ich bin safe. Komm, Oni. Gas. Lauf schon vor, ich komme. Kann doch nicht so weit weg sein. Wasser läuft immer bergab, in unsere Base. Die Richtung. Lass das Wasser voll rein. Mhm. Komm. Aber eins ist man aber schneller gelaufen. Ja. Kelvin ist irgendwie auch verschwollen. Es wird langsam Herbst, ne? Guck dir mal die Bäume an. Mhm. Ja. Wir sollten dran denken, uns langsam winterfest zu machen. Du wolltest doch... In die Höhlen. Ja, wir brauchen ja den Stuff. Ja. Aber wo ist eigentlich Kelvin? Der ist doch schon wieder unter ferner Liefen irgendwo. Vielleicht konnte er... Nicht... Übers... ...waser laufen. Oh, endlich wieder zu Hause, ey. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben wir schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Ja, war interessant. Mit der Seilrutsche können wir natürlich jetzt die Bäume viel einfacher in die Base kriegen. Ey, was ist hier passiert? Gott, sie püße Fische weg. Ja. Ne? Sagt ja, die sind verfressen. Scheiß Möwen. Böse Möwe. So, ich speichere. Moment, du musst nach mir speichern, glaube ich, oder? Ja, gut. Weiß nicht, ich habe jetzt gespeichert. Ich hatte jetzt eben Kraft. Gut, dann speichere ich nochmal. Und jetzt legen wir uns hin. Und das auch in... Das auch in Wheel. So, damit sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und Olli, war wie immer eine Freude mit dir. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.